Hier sehen wir nochmal die Bände aussehen, hier die ganzen Gläser, ein separatem Schlafzimmer, hier haben sie nochmal eine Lauflounge, eine Kanzfeuer mit Glasfront, super schön eingerichtet, begehbarer Gleiterschnack, safe, und ein ganz tolles Brat, Sauna, musst du nach unten aufdrücken, ganz, ganz idle gemacht, die 10.1 und die 10.2 ist das.